Was ist die Qualitätsentwicklung? Feedback und Technik. Neben Hintergründen zum Thema finden Sie in den Videos viele Beispiele und praktische Tipps, wie Sie Qualitäten Ihrer Online-Veranstaltung entwickeln. Viel Spaß dabei! Feedback – summative und formative Evaluation – Partizipation Es wurde im bisherigen Verlauf der Kapitel schon mehrfach angedeutet. Die hier dargestellte Auflistung an Kriterien und Ideen zur Qualitätsentwicklung von Online-Veranstaltungen kann nicht den Anspruch auf Vollständigkeit haben. Gerade auf technischer Seite stehen in immer kürzeren Abständen Neuerungen und Entwicklungen dem entgegen, aber auch in den Lerngruppen am anderen Ende des Online-Unterrichts gibt es so große Unterschiede, dass eine einheitlich geltende Empfehlung kaum gegeben werden kann. Mit Ausnahme der folgenden, die als Grundregel zur Steigerung von Qualitäten angesehen werden kann. Sie lautet, hören Sie auf die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung. Das gilt in zwei Richtungen. Hören Sie Ihren Teilnehmern zu, wenn Sie ihnen Rückmeldungen zu Ihrem Webinar geben. Und hören Sie ihnen zu, wenn Sie über Ihren eigenen Lernfortschritt sprechen. Dann ist es an Ihnen, den Teilnehmern Rückmeldungen zu Ihrem Lernstand zu geben. Rückmeldungen an das Webinar Wenn Sie Rückmeldungen zu Ihren Webinaren einholen und zugleich auf Ihre Teilnehmer eingehen, werden sich die Methoden, Inhalte und die Technik Ihres Webinars langfristig genau den Anforderungen anpassen, die Ihre Teilnehmer an Sie stellen. Beginnen Sie den Einstieg in eine Feedbackkultur in Ihren Webinar niederschwellig, indem Sie am Ende der Webinare eine Rückmeldephase, genauer eine Evaluation Ihres Webinarangebots einbauen. Diese Rückmeldung der Teilnehmer an Sie sollte Gütekriterien entsprechen, um objektive Schlussfolgerungen daraus ziehen zu können. Die Frage, wie hat Ihnen das Webinar heute gefallen, wird Ihnen wenig Informationen zur Entwicklung von Gütekriterien liefern. Fragen Sie aber danach, ob Sie in der Struktur einen roten Faden hatten, Beginn und Ende gut strukturiert waren, Ziele erreichbar waren, aktive Methoden genutzt wurden, oder ob die Teilnehmer sich eingebunden gefühlt haben. Bekommen Sie eine Rückmeldung, mit der Sie konkrete Änderungen vornehmen können, was Sie dann auch tun sollten. Die Frage, wie hat Ihnen die Struktur des Webinars heute gefallen, ist also schon besser geeignet. Sie sollten sie aber auch so nicht im Webinar stellen. Soziale Erwünschtheit sorgt in einer Plenumsrückmeldung für verzerrte Ergebnisse. Nutzen Sie stattdessen eine Folie mit kurzen anonymisierten Fragebögen, zum Beispiel mit den Apps Mentimeter, Plickers, Google Formulare oder Adkimo. Auch in Lernplattformen wie iServe oder Schulcomsi haben Sie Möglichkeiten, Umfragen zu stellen, ebenso im Bereich des Schulfeedbacks oder auf Landesbildungsservern. Achten Sie auch hier darauf, Datenschutzbestimmungen Ihres Landes bzw. Ihrer Institution einzuhalten. Die Fragebögen sollten ca. 5 bis 10 Items enthalten und können wechselnde Schwerpunkte haben. Nutzen Sie die letzten 5 Minuten für das Feedback. Fragen Sie in einer Veranstaltung zum Beispiel nach Rückmeldung zu eingesetzten Methodenwerkzeugen. In einem anderen Webinar nach der Technik. Gab es aktive Aufgabenformate? Waren aktivierende Apps in die Präsentation eingebunden? Haben Sie kooperative Arbeitsformen ermöglicht? Einen Feedbackbogen können Sie leicht entwickeln, indem Sie diese Fragen als Aussagen, Items genannt, formulieren, denen mit 1 bis 5 Punkten mehr oder weniger zuzustimmen ist. Sie sehen in der Auswertung sehr schnell, welches Item viele Punkte und welches Item wenig Punkte erreicht hat. Und was den Vergleich zu anderen Kriterien Ihres Webinars ausmacht. Zählen Sie die Werte eines Kriteriums zusammen, können Sie auch Rückmeldungen zu verschiedenen Kriterien, zum Beispiel Technik und Methoden, relativ genau vergleichen. Wenn Sie ein paar Feedbackbögen etabliert haben, nutzen Sie sie mehrfach, um auch über mehrere Webinare hinweg zu sehen, wie sich Ihre Werte entwickeln. In Veröffentlichungen von Lehrerbildungsinstituten, pädagogischen Verlagen oder Forschungsinstituten finden Sie eine Vielzahl von geeigneten Feedbackbögen. Achten Sie darauf, klare Kriterien und Ziele zu evaluieren. Feedbackbögen mit zu allgemeinen Rückmeldungen helfen nur bedingt bei der Weiterentwicklung. Das hier gezeigte Verfahren gibt Ihnen hingegen die Sicherheit, mit mittlerem Aufwand möglichst genaue Rückmeldungen zu bekommen. In der Praxis haben sich daher viele andere Verfahren etabliert, die Sie nach Ihrer Güte zur Rückmeldequalität bewerten sollten. Einfach umsetzbar ist die Rückmeldung in Form eines kurzen Kommentars in einem Dokument. Es ist aber wie schon erwähnt anzuzweifeln, ob Sie damit einen Überblick über alle Teilnehmer Ihres Webinars erhalten und ob dieser Blick genau ist. Nutzen Sie ein digitales Dokument für Rückmeldungen, sind die Antworten meist anonym. Es kann aber auch hier sein, dass sich Folgebeiträge an vorherigen Beiträgen orientieren. Das gilt auch für Verfahren auf Padlet oder in einer Audio-Rückmelderunde. Das Einsetzen eines Beobachters für die Veranstaltung ermöglicht gezielte Beobachtungsaufträge. Bitten Sie einen befreundeten Teilnehmer mit Fachexpertise um eine Beobachtung Ihres Webinars unter einem Gesichtspunkt und vereinbaren Sie eine spätere Besprechung. Allein durch die kriteriale Beobachtung Ihrer Webinare und die Auseinandersetzung mit anderen darüber lässt sich Ihr Angebot nachhaltig verbessern. Je genauer die Rückmeldungen die Meinungen der Teilnehmer abbilden, desto genauer können Sie dann Veränderungen vornehmen. Am einfachsten gelingt beides mit digitalen Fragebögen. Rückmeldung zum Lerngegenstand Mit der summativen Evaluation am Ende Ihres Webinars ist der Leitspruch »Hören Sie auf Ihre Teilnehmer« nur in eine Richtung gelesen. Feedback sollte nicht nur bei Ihnen zu Ihrem Webinar ankommen, sondern auch von Ihnen gegeben werden. Das kann man in einem ersten Schritt ganz einfach verstehen. Loben und motivieren Sie Ihre Teilnehmer zu Lernleistungen und setzen Sie klare Lernziele, die die Teilnehmer erreichen und sogar übertreffen können. Effektiver als das einfache Loben und Motivieren ist die inhaltliche Rückmeldung zu Beiträgen, die die Teilnehmer leisten. Dies setzt voraus, dass Ihnen klar ist, welche Schwierigkeiten und Lernfortschritte Ihre Teilnehmer haben bzw. machen. Es kommt also im Webinar darauf an, den aktuellen Stand Ihrer Teilnehmer zu erfahren und ins Gespräch und in Interaktion mit den Teilnehmern zu kommen. Den Erfahrungsstand Ihrer Teilnehmer können Sie mit einem Quiz, mit Fragen an die Teilnehmer oder im Gespräch erfahren. Dies kann einfach schon zu Beginn des Webinars geschehen, indem Sie die Teilnehmer in einer Diskussionsphase zu Ihren Vorerfahrungen befragen, Sie in die Planung und Gestaltung von Schwerpunkten mit einbeziehen und immer wieder Rückfragen und Rückmeldungen ermöglichen. Gestalten Sie darüber hinaus Freiarbeitsphasen oder Gruppenphasen, in denen Sie Einzelkontakte aufnehmen können. In den meisten Programmen für Webinare und Videokonferenzen lassen sich einfach einzelne Gruppen einrichten, die unter sich per Audio-Chat kommunizieren. Teilen Sie die Webinar-Teilnehmer also zum Beispiel in Dreiergruppen auf und geben Ihnen einen Arbeitsauftrag, den die Gruppe unter sich bespricht. Als Webinarleiter können Sie sich dann zu den einzelnen Gruppen zuschalten und Ihnen in kleinerem Kreis Feedback geben. Damit Sie auch einen zeitnahen visuellen Eindruck von den Arbeiten Ihrer Teilnehmer erhalten, eignen sich kollaborative Programme, in denen die Lernfortschritte live abgebildet werden. Sollte dies technisch nicht möglich sein, können Sie auch einen zweiten Raum für Gespräche mit einzelnen Gruppen nutzen oder einfach verschiedene Lernprodukte von den Teilnehmern gestalten lassen, die Ihnen nachweisen, dass gewünschte Lerninhalte auch beim Teilnehmer angekommen sind. Wenn Sie eine Reihe von Webinaren geplant haben, können Sie auch vereinbaren, dass in einer wiederkehrenden Arbeitsphase oder nach dem Webinar immer ein Teil der Teilnehmer ins Gespräch mit Ihnen kommt. Lernprodukte, wie wir sie im Methodenkapitel besprachen, ersetzen dieses direkte Gespräch nicht. Sie zeigen aber in Form von erledigten Aufgaben, gestalteten Mindmaps, Fotos oder Videos, den Lernstand der Teilnehmer. Ein Feedback zu diesen Lernprodukten kann dann im Plenum nach der Arbeitsphase gegeben werden, wenn ein Teilnehmer sein Lernprodukt vorgestellt hat. Präsentationsphasen in Webinaren werden noch leichter langatmig als in Präsenzveranstaltungen. Sie müssen hier also abwägen, wie und wem Sie Feedback geben. In Anlehnung an John Hattie bedeutet Feedback keine Wertung zur Person, in gut oder weniger gut, richtig oder falsch, sondern konstruktive Anmerkungen und Tipps zum Lernstand. Bestenfalls geben die Teilnehmer dazu zunächst eine eigene Einschätzung, bevor Sie als Webinarleiter zu einer Einschätzung kommen. Ob Sie nun Feedback in dieser Form geben oder in einer anderen Form, der wesentliche Punkt ist, dass Sie inhaltliche Interaktionen mit Ihren Teilnehmern ermöglichen. Gerade in Webinaren haben Sie sonst leicht einige Teilnehmer unter dem Schirm. Wenn Sie aus Ihren Teilnehmern Teilgeber machen, die Ihnen zeigen, wo Sie im Lerngegenstand gerade stehen, sehen Sie auch den Wirkungsgrad Ihrer Webinare. Nun ist es in manchen Formaten nicht einfach, dazu Arbeitsphasen und Lernprodukte einzuführen. Lernstände Ihrer Teilnehmer können Sie aber auch einfacher ausmachen. Statt Lernprodukten im Webinar kann die Sicherung von vermittelten Inhalten auch in Form von digitalen Hausaufgaben gestehen. Bei denen Sie die Teilnehmer bitten, die erlernten Inhalte in Form eines Lernprodukts oder in Form einer Anwendung festzuhalten. Ein Video, ein Erfahrungsbericht, eine Mindmap oder eine Skizze eines Teilnehmers können Sie im nächsten Webinar als Aufhänger für einen gemeinsamen Rückblick nehmen. Übertreiben Sie es aber nicht mit den Hausaufgaben. Im Bereich Methodik wurde schon das E-Portfolio als ein Beispiel für Lernprodukte erwähnt, die sich weiterentwickeln. Ein digitales Lerntagebuch auf einem Blog oder in einer Lernsoftware lässt sich als Hausaufgabe neben der Webinarreihe begleiten. Teilnehmer erhalten den Auftrag, theoretische Inputs in ihren Weblogs im Nachgang aufzuarbeiten und sich gegenseitig zu kommentieren. Aus Sicht der Webinarleitung erhalten Sie einen breiten Überblick über das, was bei Ihren Teilnehmern angekommen ist. Technisch haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel über Kommentare, ein Feedback zu geben. Wie soll dieses Feedback aussehen? Feedback zum Lerngegenstand, was bedeutet das? Feedback einholen und Feedback geben verändert die Strukturen und Methoden Ihres Webinars und wirkt sich damit auf die Qualität aus. Wichtig ist dabei, auf die Teilnehmer zu hören, aber auch auf sie einzugehen und ihnen zu ermöglichen, sich einzubringen. Eine zweite Grundregel des Feedbacks ist also, gehen Sie auf Ihre Teilnehmer ein. Anders formuliert, ermöglichen Sie Ihren Teilnehmern Partizipation an Ihrem Webinar. Machen Sie Teilnehmer zu Teilgebern. Wenn es auch nach einer Floskel klingt, Interaktion mit den Teilnehmern ist eine Sache, Teilnehmer in Ihr Webinar einbringen zu lassen, eine andere. Partizipation erfolgt, wenn Sie die Anmerkungen Ihrer Teilnehmer umsetzen, wenn Sie auf Teilnehmerbeiträge eingehen und wenn Sie Phasen ermöglichen, in denen Beiträge, Methoden, ganze Webinarabschnitte mitgestaltet werden können. Eine Fragerunde am Webinarende ist eine einfache Form der Partizipation. Vergabe von Referaten mit eigenen Vorschlägen zum Thema, eine schon weitergehende Form. Die Besprechung und Planung von eigenen Phasen in der Struktur des Webinars zeigt viel Partizipation. Die Methode des Flip Classroom macht beispielhaft Vorteile von Teilnehmerpartizipation deutlich. Von einem Flip Classroom spricht man in Präsenzveranstaltungen, wenn theoretische frontale Lerninputs in Form eines Lernvideos präsentiert werden. Beispiele für solche Lerninhalte können zum Beispiel die Herleitung einer Formel in Mathematik oder den Naturwissenschaften oder ein Tutorial-Video für die Nutzung einer bestimmten Software sein. Das Lernvideo wird aber nicht in der Veranstaltung gezeigt, sondern vorher von den Teilnehmern als Hausaufgabe geschaut. Die dadurch gewonnene Zeit in der Veranstaltung wird genutzt, um den Lerninhalt des Videos mit Übungen und Erklärungen zu vertiefen. Klassische Webinare haben auch oft den Charakter von Vorlesungen, in denen ein Theorie-Input in Form einer Präsentation präsentiert wird. Damit werden sie aber ihren weiteren Möglichkeiten im Vergleich zu einem Lernvideo nicht gerecht. Wenn Sie Ihren Theorie-Input oder Ihre Präsentation als Video gestalten, können Sie im Sinne eines Flipped-Webinars diese Videos voranstellen. Die Interaktionsmöglichkeit von Webinaren können Sie dann in der freigewordenen Zeit nutzen, indem Sie mit Ihren Teilnehmern Übungen zur Präsentation durchgehen, Fragen und Anmerkungen diskutieren und Anwendungen gestalten lassen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie einmal aufgenommene Präsentationen immer wieder in gleicher Qualität ablaufen lassen können, ohne sie selber noch einmal halten zu müssen. Es gibt auch Beispiele für Online-Veranstaltungen, die noch einen Schritt weiter gehen. Und Teilnehmern ermöglichen, die Struktur mitzugestalten. So können Sie zum Beispiel 20 Minuten am Ende Ihres Webinars für Teilnehmerpräsentationen reservieren oder ein gemeinsames Padlet gestalten lassen. Das Verteilen von Kurzpräsentationen zum Thema wird in der Webinarpraxis auch häufig vorgenommen. Manche Webinare arbeiten auch mit einer gemeinsamen Planungsphase zum Beginn, in dem gemeinsame Themenschwerpunkte festgelegt und verteilt werden. In letzter Zeit häuft sich auch das Format des Digital Barcamps. Ein Format, bei dem zu Beginn jeder Teilnehmer kurze Beiträge zum Thema als Referat oder Diskussion in eine Zeitschiene einordnen kann. Nach dieser Sortierungsphase werden Gruppenräume eingerichtet, in denen sich die Teilnehmer zu den gefundenen Referenten ordnen können. Nach wenigen Minuten wird gewechselt und die nächste Referentengruppe wird besucht. Das war der vierte Teil der Videoreihe. Feedback. Auf Teilnehmer hören, Ihnen Rückmeldungen geben und Ihnen Mitgestaltung ermöglichen. Rückmeldungen am Ende des Webinars geben Ihnen Feedback. Audiokontakt ermöglicht Ihnen, den Teilnehmern Rückmeldungen zu geben. Wenn Sie Rückmeldungen dann auch umsetzen, vielleicht sogar an Ihre Teilnehmer weitergeben, wird sich Ihr Webinar immer weiterentwickeln. Ich hoffe, Sie konnten mit den Tipps etwas anfangen und freuen sich, wie ich, auf das nächste Video zum Schwerpunkt Technik. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.